Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge. Immer noch gleicher Tag, gleiche Uhrzeit. Inzwischen ist es halb elf. Der Dominik ist immer noch da. Man sieht nach wie vor nicht seinen Namen. Das werde ich kurz ändern. So, da ist sein Name wieder. Wir waren in der letzten Folge dabei. Ich habe in der letzten Folge irgendwas gemacht. Genau, ich wollte es ansehen, genau. Du wolltest den Trash abtanken und ich wollte... Ich bin schon dabei. Und ich wollte irgendwas besorgen. Genau, ich wollte eine Ballenpresse mieten. Und ich wollte vor allem einen Wasserpass kaufen, genau. Das war's. Ja, ja. So. So, einmal kurz noch mal warten. Ich muss noch kurz was machen. So, jetzt kannst du weitergehen. Ja. Ich musste noch kurz etwas nachschauen. Genau. So, dann kaufen wir mal schnell ein Wasserverschtern. Tierhaltung. Nachdem wir auch Kühe haben, würde ich sagen, wir kaufen das hier gleich. Hier schön in... Nicht schwarz, sondern hier... Chrom kaufen. Und zum Ballenauflösen nehmen wir den hier. Oder... Ne, dann nehmen wir den hier. Der ist besser. Wenn wir genug Geld haben, kaufen wir jetzt hier noch den Futtermischer. Das wird nichts. Das heißt, wir müssen Ballen machen zum Futtermischen. Erstmal. Erstmal. Und halt dann schaufeln. Aber erstmal Wasser, damit schon mal ein bisschen was bei den Türchen drin ist. Und dann wird das schon. Stopp-Schild stehen bleiben. Rechts, links, alles frei. Fahr mal wieder. Ich habe jetzt dieses Fass gekauft, weil ich halt mit dem, wie schon gesagt, auch die Milch erfahren kann dann. Und das ist natürlich bei Kühen sehr wichtig, dass wir die Milch auch mit wegbringen können. Ja. So, dann fahren wir zum öffentlichen Dorfteich. Bei dem bekommt man kostenlos Wasser. Da habe ich die Genehmigung gleich neben mir liegen. Hier habe ich einen schönen Block. Da sind alle Genehmigungen drinnen. Schön abgeheftet und aufgeschrieben. Mit Unterschrift des Bürgermeisters. So, so wird es nichts. Jetzt wird es was. So wird es auch nichts. Kurz warten. Jetzt wird es was. Aber nicht so, sondern so. So, schön reingefahren. So, jetzt bin ich auf eine Taste gekommen hier. Der ist auch dann gleich mal wieder voll. So. Wieder an Sicht. Hört sich gut an heute. Ja, der hört sich gut an. Der hat halt die Lust. Der MP-Tax. Der sollte richtig hart arbeiten. Mit dem kann man sich auch locker vorbeiziehen. Der packt ist locker. Der hat so viel Leistung. Und dann ziehen wir vor dem auch hier rein. So, wunderbar. Da ist ein Grabstapler. So. Rückwärts angedockt. Dann müssen wir einmal kurz ein bisschen Saatgut kaufen. Müssen wir jetzt hier gekauft haben. Genau. Ja, trinken ist auch immer ganz wichtig. Ich habe immer hier was zum Trinken da. Welches blödeste, was passieren kann, ist, wenn man beim Regen den trockenen Mund bekommt. Dann war es. Dann war es das ganz schnell mit den Rädern. Ja. So, die 3000 haben wir eingeladen. Dann stechen wir noch einmal schnell so rückwärts hier. Dann schauen wir nicht hierher. Ich möchte noch mal ein bisschen was sagt gut. Die müssen wir auch eine Beweisung machen. Beweisungen an wen? Fahrzeugkosten müssen wir auch schon. Ja, halt null Uhr. Null Uhr werden Fahrzeugkosten automatisch abgezogen. Also Unterhaltskosten. Wir haben ja keine Fahrzeugemiete. Das gehört ja alles uns. Wir sind ja rich. Also richtig reich. Und können uns vieles leisten. Aber wie ich gesagt habe, der Puffer hat sich ausgelebt. Jetzt haben wir noch 53.000, das war's. Mehr haben wir nicht mehr. Ja. Ich versuche, im Mercedes auf Vollgas so gut wie nix zu gehen, weil ihr mich eh nicht hört. Das fällt 19 mal zu 100% gedüngt, gell? Ja. Ich kontrolliere nochmal aus Sicherheitsgründen. Aber hier 100% gedüngt alles im Jungenbereich. So, dann klappt diese die Saarte-Technik aus. Einmal vorwärts, dann einmal rückwärts. Dann den Helfer einhauen. So, schauen wir mal, ob wir das Fassi noch rausbekommen werden. Natürlich. Und umleicht machen wir aus. Die brauchen wir nicht. So. Schön gemütlich rausziehen. Immer schön schalten zwischendrin, auch wenn das Spiel automatisch schaltet. In echt immer schön schalten. Genau, hier kann man jetzt auch Saatgut und Dünger und so kaufen, wenn wir am Shop nix mehr hätten. Ich miete jetzt gerade einmal eine Ballenpresse. Mieten. Und einen Quaderbein-Sammler. Mieten. Und dann muss ich Ballen kaufen. Und zwar Heuballen. Kaufen. Kaufen. 16. Dann haben wir zwei Stapelballen. Das passt dann. So. Wir brauchen noch mal was. Jetzt kann ich mal meinen Weg hier hinten testen, ob da wirklich was bringt. Es sieht ein bisschen holprig aus, aber wir sind ja im Trachter unterwegs, da geht es schon. So eine kleine Abkürzung zu den Feldern, da kann man hier hinten schon hochfahren. Von der Gäste geht auch zum Glück ordentlich was runter. Da ist wahrscheinlich schon wieder voll und ja, da geht schon ordentlich was. Also, über dieses Stopp-Zeichen, da muss man über die Handfrau reinhauen. So, stehengeblieben bin ich. Muss man sich vortasten. Abbiegen. So, sind wir ein bisschen auf gemütlich unterwegs. Ich bin schon eh schon zu weit gefahren. Habe gerade vergessen, was ich hinten dran hatte. Das war das Wasserfass. Weil ich Wasser ja hier bekomme und nicht am Shop. Das soll auch passieren. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, ob ihr hier Innensicht oder Außenansicht sehen wollt. Ich kann euch gerne beides zeigen. Heute habe ich absolut gar kein Problem. So. Wir haben hier am Shop noch ein bisschen Kalk stehen. Weil nachdem wir jetzt mit diesem anderen Heini haben, brauchen wir den Gabelstapler fast gar nicht mehr. Wenn ich die Kalküge plötzlich zuladen, wie es immer geht, einfach so reinzauern lassen, dann geht der wieder weg. Weil, der kostet nur unnötig Geld. Das haben wir nicht. Hier, 32. Das habe ich mir repariert. Jetzt habe ich Horst die repariert. Jetzt bringt er. Hoffentlich ein bisschen mehr. Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, das hat uns für eurem Koffer ist jetzt nicht die Welt. Jetzt kann ich dafür kommen, kann man da nicht mehr drauf gehen. Konnte man da sonst auch immer drauf gehen. Oh, der hat eine Kali oben drüber. So. Der B-Tag, der sät die Gras an. Der steht hier drin. Der Thresher ist voll. Wo ist denn der Fiat? Dominik? Wo ist denn der Fiat? Ja, da. Ja, auf geht's, fahren. Keine Zeit hier. Ich muss da tanken. Ähm, ich hab tanken sollen. Ähm, du siehst da gleich so einen kleinen Weg hoch. Den kannst du hernehmen, gell? Ich sehe den schon, ja. Ja, schau mal, ob da der Fiat hochkommt. Ansonsten komme ich schnell und schiebe. Da vorne sieht man den Fiat. Ah, das kann sich gerade zum Licht ausgehen oder gerade so ausgehen. Na ja. Der vierte ist ein Kraftpaket. Der ist nur klein. Man kann halt von der Leistung her mit der neuen Technik leider nicht mehr mithalten. Aber sonst, der hat Power ohne Ende. Kommt die Schafe noch was zum Trinken, gell? Schauen wir mal kurz nach. Ja, das passt. Ja, das reicht wirklich locker. Das wird dann gleich voll. Ja, den Rest kommt mal hier rein und dann passt es auch. So, dann räumen wir das Wasserfass so auf. Ich würde sagen, stellen wir fast hier einfach hin. So ganz frech hier vor der Hinten stellen. So, das Wasserfass ist ja ein fastes weißes Wasser ab. Und so, was geht das? Ich hole einmal gerade was zum Fressen für die Kühe. Da haben wir ja was, da habe ich ja Ballen gekauft. Mit dem Ballensammler gebietet. Ich fahre jetzt gerade so die letzten zwei Minuten in Außenlandsicht. Eine Folge wäre ich Ballen, weil ich auf alle Fälle zu den Kühen rein kippen, weil die das brauchen werden. Ob die vor der zweiten Flur noch was brauchen, weiß ich nicht, aber... Da haben sie schon mal ein bisschen was. Hier ist jetzt. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. So. Jetzt sind wir gleich voll, haben ordentlich Heu geladen. Und dann düsen wir zurück zum Hof. Inzwischen wurde der Drescher auch wieder abgetankt und wird jetzt gerade wieder abgetankt. Das war wunderbar. Ich werde zwar hauptsächlich reden, weil ich wahrscheinlich auch manchmal Folgen alleine aufnehmen werde. Wie ich aber auch schon mitgeteilt habe. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht allzu viel ist. Wenn es jetzt zu viel ist, dann mache ich ja Geldverschwendung. Aber das müsste eigentlich passen. Ja, das war auf alle Fälle ausreichend. Das war schon fast zu viel. Das war jetzt 16 mal 4. Das ist auf alle Fälle zu viel, aber das passt schon. Dann bekommt jetzt die anderen, die bekommen nicht annähernd zu viel. Da komme ich gar nicht mehr raus. So rum, das könnte es nicht gerade so ausgehen. Das ist jetzt schon zu viel. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Komplett mit dem Unterboden aufgekratzt. Das war gleich mal in die Werkstatt fahren. So, am besten vielleicht nochmal, weil es so schön war. So, dann drehen wir da wieder lang. Fahr mal da hinten den Weg runter, der ist ja wunderbar. Der ist ja wunderbar. Ich hasse den Verkehr hier. Die schauen nicht voraussichtlich. In der Fahrschule, der soll voraussichtlich fahren. Und ich fahre ja auf die Straße. Der muss ja nicht abbiegen, wenn ich da komme, oder? Ich fahre ja schon auf der Fahrschule, mit 18. Dass Landmaschinen halt ein bisschen breiter sind, als normaler Auto zu ordnen. Mit Lichter hier an, mit Sonne hören. Damit der nächste Dämpfe nicht zusammenfährt. So. Ich weiß, da ist ein Stoppschild, aber... Zeit, 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 Zeit. Die haben wir leider nicht mehr. So. Das wird ja langsam immer besser hier. Aber ich würde sagen, das war's schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich sag, tschau und reingehauen. Ciao. Ciao.